Herzlich Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie! Banjo, aufwachen! Dein Abenteuer ist euch zu Ende. Du hast noch die Secret Collectibles, die Bottles-Puzzle und noch ein paar Sheetcodes zu aktivieren. Es ist noch nicht vorbei. Brauchst du gar nicht anfangen zu kochen, brauchst du auch nicht zocken. Wir machen weiter, man. Machen heute wahrscheinlich die Bottles-Puzzle. Je nachdem, wie schnell ich damit durch bin, können wir eventuell auch noch die Sheets, man. Ach, guck, hier sind wir wieder. Das ist der Anfang von Gruntys Lair, da gehen wir natürlich jetzt raus und gehen ab nach Haus, denn wir sind der Klaus. Und der will ganz schnell hier raus. Wow! Ja, long, long ist sehr, wo ich hier das letzte Mal war. Aber ja. Back to Spiral Mountain, I guess. Was sagt Bottles jetzt eigentlich? Ja, hat gesagt, dass ihr es alleine schafft. Seht zu, wie ihr zur Hexe kommt. Wieso die so besiegt? Zumindest weiß ich. Ist er bescheuert? Gruntys besiegt. Ja. So, Banjo's Haus. Here we go again. Übrigens, das ist auch so Beta. Wo es noch ein SNES-Game war. Das ist übrigens der Fungus Forest, den man da erkennen kann. Das ist der Fungus Forest, der später in 3D für Donkey Kong 64 wiederverwertet wurde. Aber erst mal so 2D-like und dann ein SNES-Game. Cooles Easter Egg. Aber wir wollen den angucken. Bottles. Hä? Ah. Holuril, ihr habt mein geheimes Spiel gefunden. Kompliziert das Puzzle. Ein toller Preis wartet. Na, serve ich für dich, kleinen Hirn. Gibt es einen neuen Move? Ja. Vielleicht. Schaut gut zu. Erst mal Puzzle lösen, ihr Schwachmaten. Ja, und das wird dann auch tatsächlich im Banjo 2 wiederverwendet. Der 3D-Stick legt Banjos Hand. Ah, nimmst ein Puzzleteil auf und legt sie ab. Der B-Knopf legt Teile auf die Seite. Mit dem linken und dem rechten C-Knopf kannst du sie drehen. Ah, okay. So, bei Puzzlen ist es immer wichtig, dass man sich Ecken raussucht und mit den Ecken auch anfängt, Leute. Bin ich so gut in Puzzles, aber das ist auf jeden Fall Basic Wissen, ganz ehrlich. Was ist das hierhin? Was ist das hierhin? Ich glaube, das liegt schon alles richtig. Das ist ja die Ironie. Guck mal, das liegt schon alles richtig. LOL. What? Ne, doch nicht. Was ist das hierhin? Ja, da muss das hin. Das ist Laria schon fast alles richtig. Ja, die werden noch sehr, sehr schwer, die Puzzle. Bis hierhin. Genau. Hier? Ja. Das ist doch sehr einfach, weil die Zeile sind ja nicht mehr richtig durchgemischt. Seht ihr das? Mega easy. Auf einer Washington DZ. Ja. Freak. Daumen hoch. Göttlich, ihr habt es geschafft. Das war kinderleicht. Was haben wir gewonnen? Hört mir gut zu. Äh, ja, stopfst du auf die Bodenplatten der Sandburg an der Treasure draufkauf? Dass das wunderbare Wort Bottles-One buchstabiert wird. Probiert es aus. Ja, was das ist, werden wir dann sehen. Ist kein neuer Move, aber ist was anderes Lustiges. Bisschen mal ein Bild von Treasure draufkauf, ne? Ne, jetzt vom Strand beim Ending. LOL. Ich hab noch ein Spiel. Er schieß los. Diesmal mal Freezy's Peak. Dum, 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 dum. D-Dim. Ich muss aber hier irgendwo hin. Genau. Wie gesagt, erstmal am besten mit den Ecken anfangen. Hier haben wir wieder ein Eckteil. Hier haben wir ein Eckteil. Das gehört, glaube ich, hier hin. Wo ist das andere Eckteil? Hier. Und dann den Rand machen. Wenn kein Puzzle-Champion oder so. Das ist einfach logisch. Das muss hier hin. Hm, da ist Bollywills. Perfekt. Da nicht? Oh, der weiß ich actually nicht, wo er hinkommt. Der weiß nicht, wo er hinkommt. Das muss ich wieder ablegen. Wie gesagt, erstmal den Rand machen. Na, ist auch kein Randteil. Weiß nicht, ob ich es jetzt überhaupt noch schaffen kann in der Zeit. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo er hinkommt. Oh, hier ist doch der Teppich. Ah, eine Mitte natürlich. Verdammt. Perfekt. Er ist noch so ein blödes Randteil. Das gehört da hin. Er wird knapp. Dass die Zeit angeht. Er wird sehr, sehr knapp. Von Benjo. Der gehört genau hier hin. Das gehört da hin. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Die Idee. Ich mag das Puzzle. Ne, der gehört daneben. Das wird da hin. Das wird halt immer einfacher. Ob die Zeit noch reicht. Ich hoffe, der gehört. Und das ist erstes, zweite Leute. Das wird noch ein Milliarden mal schwerer. Wir müssen ja noch gar nicht drehen. Und ich habe jetzt schon fast versagt. Cool. Jetzt schreibt das Wort mal ins Modus Tua auf den Boden. Der Buhr. Werden wir Bottles. Aber erst mal alle deine Rätsel gelöst haben. Ja, könnt ihr mal eure Meinung gerne in den Kommentar schreiben. Bereit für Stufe 3? Zwei Puzzlen. Würde mich mal interessieren, was ihr da verwaltet. Hi. Das gehört aber hier irgendwo hin. Ja, wollte ich wohl gerade sagen. Natürlich gehört das hier irgendwo hin. Hi. Ja, schlau ist es halt mit den Eckteilen anzufangen, wie gesagt. Deswegen machen wir das auch mal. Das gehört da hin. Was ist das? Das ist kein Eckteil auf jeden Fall. Ähm, und das gehört nach oben. Und hier hin. Nein. Was? Okay. Erstmal den Rand machen, Leute. Halt den Rand. Das ist auch scheiße. Hier ist ein Eck. Ich suche viel zu lang rum, Leute. Das ist nicht gut. Das gehört oben hin, glaube ich. Jikes. Guckt mal, wie scheiße ich bin in dem Puzzle. Ich tue so, als wäre es so ein Puzzlegott. Aber da bin ich dabei, bin ich mega scheiße. Nein, das soll da oben hin. Ach, jetzt ist doch eh schon vorbei. Eigentlich gar nicht mehr probieren hier. Den brauche ich doch gar nicht mehr probieren. Wie ist das denn? Ja, alles klar. Ne, keine Ahnung, man. Da hätte das alles hingehört. Guck, wie viele Puzzleteile hier noch fehlen. Holy shit, ist das schwer. Ja, ihr seid ja richtig scheiße, ey. Ihr seid ja armselig. Ey, das hat mir echt schlecht. Ich glaube, er puzzelt den ganzen Part, weil ich einfach so schlecht bin. Und jetzt noch mit drehen, ey. Viel zu lang überlegen für einen Scheiß. Es gehört so. Hä? Hä? Kann ich doch jetzt schon wieder vergessen, oder? Das Ding, das bietet sich halt an, mit den Eckteilen anzufangen. Aber ich finde die halt viel zu spät. Muss ich ganz fairerweise mal sagen. Ich finde die einfach zu spät. So ein Eckteil. Ah ja. Dann muss es da oben hin. Gibt ja keine andere Möglichkeit mehr. No. Ist das so? Ja, so muss das. Ich überlege viel zu lange, Leute. Das ist doch nicht normal. Man hat so lange überlegt. Was geht da hin? Was geht da hin? Banjo, der gehört hier hin. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Scheiß-Puzzleteil ist. Ich weiß nicht, wo das Ding gehört. Das hat Zeit gekostet. Holy shit, hat das Zeit gekostet. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, ist eh schon wieder gleich abgelaufen. LOL. Wie schwer diese Puzzleteil sind. Jesus. Äh, diese Puzzle sind. Was geht da hin? Das sehe ich schon wieder verloren. Oh mein Gott. Werde ich das überhaupt schaffen, Alter? Ja, unglaublich. Aber der Schwierigkeitsgrad ist wirklich absolut hoch. Aber ey, Jotui ist das ohe Zeitlimit, glaube ich. Ich kann sich viel mehr Zeit lassen. So, jetzt werde ich mich nicht nur auf die Ecken versteifen. Jetzt werde ich mir einfach einen Teil nehmen. Gucken, wo passt das hin? Das muss ja auch gehen. Aber es war klar. Das gehört hier oben, glaube ich. Ja. Hä, wieso gehört das denn nicht da hin? Ja, daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich glaube, es ist doch schlauer. Leute. Das so zu machen. Einfach einen Teil nehmen. Gucken, wo wir da sind. Direkt immer schon richtig drehen. Guck, das geht viel schneller. Ich war... Ich hatte eine falsche Strategie. Die on paper. Gut ist die Strategie. Aber letzten Endes nicht funktioniert. Seht ihr, jetzt ist das viel einfacher. Jetzt ist das ja viel, viel einfacher. Mal gucken, ob ich so die anderen Puzzles da auch mit Bravour meistern kann. Weil das ist ja jetzt geschenkt. Ja, wie, du, du. Hallo. Wo ist denn das hin? Fing so nie dran, jetzt wird es doch noch knapp, ey. Ich habe mich verklickt. Oh, oh. Ah, yes. Da oben, meine Ohren, so viel Leute. Ja, fantastisch, die sind doch gar nicht so scheiße. Puzzles Modus Freeze, hier ist das Zauberwort. Ja, da gibt es verdammt viele von. Ich glaube, es sind sechs Puzzles. Gucken wir mal. Stufe 4. Ihr werdet richtig versagen. Bei Nap Nuts sind wir jetzt zu Hause. Okay. Ach, das ist ein Eckteil. In der Roll bin ich verpeilt. Nicht, dass ich es sehe, ey. Ihr denkt, ich bin dämlich, ey. Was gehört da hin? Nicht auf die Eckteile versteifen. Wieso nicht? Wohin dann? Dann sei jetzt eh schon wieder scheiße. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Hier. Ja. Es ist halt nicht so einfach, weil er sich jetzt immer bewegt, Leute. Die Idee finde ich ja voll geil. Aber es ist halt echt nicht einfach. Lass mal so. Genau. Bis da rein. Das muss hier hin. Was? Dann da. Doch da. Ja. Wird halt immer einfacher. So funktionieren Puzzle nun mal. Muss man einfach schnell den Rest zusammensetzen. Das ist so ein Teil. Das gehört da hin. Da hin. Ja. Schaffe ich nicht mehr, oder? 15 Sekunden. Nur wenn jetzt alles gut läuft. Ah, das tut es mal wieder nicht. Wäre jetzt gedacht. Ah, 4 Sekunden. Nicht mehr zu schaffen. Schade. Ja, es ist halt alles brauer. Und es sieht alles gleich aus. Ah. Ich habe Angst, dass der Part zu langweilig wird. Aber ich glaube, ihr lacht mich aus. Bei schlechten Leistungen hier. Ich glaube, ich habe nichts zu lachen. Das war von Anfang an mein Plan. Könnt ihr mal sehen, wie intelligent ich bin. Und nur, damit ihr was zu lachen habt. Extra hier rumfällen. Damit dieser Puzzle-Part nicht zu langweilig ist. Ist ja alles so geplant. Diese absichtlichen Fails. Könnt ihr mal sehen, was? Ich habe euch rangekriegt. Hatte ich jetzt auch nicht gedacht, wa? Ich steu, ich muss mich simulieren manchmal. Ah, habe ich noch nicht nachgesehen. Das muss dann also hier irgendwo hin. Genau. Ich kapot, komm. Wo soll das denn hin? Das ist der Nusshaufen. Da muss es hin. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt läuft's. Es läuft, Leute. Und wie es läuft. Die Nase läuft. Äh, was war das? Das hat zum Glück leider von euch gesehen. Das ist nicht richtig. Gürt's da hin. Ist ja klar. Wo soll das hin? Da. Da. Ich habe noch eine Ecke übrig gehabt. Krass. Jetzt schaffe ich's. Was? Nein, jetzt habe ich die vertauscht. Jetzt schaffe ich's doch wieder nicht. Ich habe es echt vertauscht, ich Idiot. Ich kann nur so verpeilt sein. Ich muss halt auch spannend mal, ne? Wow, seid ihr scheiße. Ihr seid hier super verpeilt. Bottles Bonus vor. Kriegt ihr trotzdem. Ah. Puzzle-Gott, den Titel hole ich mir schon mal nicht. Holla, Stufe 5 fahrtet. Ihr werdet wieder scheitern. Eieiei. Und das glaube ich halt auch. Eie, das ist irgendwie einfacher. Hier kann man sich ja an Tip-Tops, Dingsbums da orientieren. In den Chor. Lol. Lol. Da geht doch. Das ist einfacher, sehe ich. Noch schwerer. Hä? Kann ich das irgendwie neu starten? Das ist so scheiße. Kann ich doch gar nicht mehr schaffen. Kann ich doch gar nicht mehr schaffen. Wo soll das denn hin? Da, da oben. Problem hier. Boah, das ist scheiß schwer. Mir sieht ja alles gleich aus. Fee, da kann man sich bei Tip-Top orientieren. Fast nur, wenn man diese braune Masse sieht. Aber hier sollte man wieder mit der Rand anfangen. No joke. Wo soll das denn hin? Da? Boah, war das schlecht. Das war echt meine schlechtste Puzzle-Leistung. Auf all time. Das hat es eh nicht mehr zu schaffen. Ich habe mich auf gut Glück einfach nur reingemacht. Oh, wie kann man so scheiße sein wie ich? Ich mache nur die Puzzle-Teile heute. Äh, die Puzzle mal. Nur die Puzzle mal hier heute. Pech gehabt, Leute. Bin halt so schlecht. Brauche einen ganzen Part dafür. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Habe ich zu oft versagt? Das geht halt nicht mehr. Ah, geht doch. So, jetzt aber ganz schnell. Ich fange jetzt wirklich hier doch nochmal an. Mit den Eckteilen. Meine alte Strategie. Was? Da muss ich hin. Ich finde halt die Ecken nicht. Das ist das Problem. Mir ist halt auch nichts. Ich glaube gar nicht, wie schwer das ist, wenn man nebenbei reden muss. Und sich konzentrieren muss. Bei dem Puzzle. Bei Puzzle-Aufgabe ist es wieder heftig. Normalerweise ist es für mich kein Problem. Als Letztplayer. Bei der Puzzle-Aufgabe. Da weint man. Junge, ich wollte es da hinhaben. Und dann noch die Steuerung. So, dann. So ist es auch. Oh, jetzt sieht es gut aus. Es können was werden, Leute. Es können tatsächlich was werden. Ich kann pokern. Junge, es sieht alles gleich aus. Guckt euch das an. Jede Textur sieht gleich aus. Hä? Da muss es hin. Daneben. Weil ich sehr oft auch... Der verschiebt sich das Bild. Weil sich das halt bewegt. Dann mache ich einen falsch daneben. Oh mein Gott. Ich schaff's doch nicht. Oder? Doch. Ja! Daumen hoch, Leute. Daumen hoch. Ich bin begeistert. Probiert das Wort. Es wurde Zweifel aus. Das waren alle Challenges. Aber jetzt hat er noch ein Master Puzzle für uns, glaube ich. Oder zwei? Oder zwei? Zwei Puzzle hat er noch. Letzte Stufe, Freunde. Er lügt. Dann noch eine. Ja, hallo. Ich möchte das Puzzle starten. Ernsthaft? Das ist ja verbuggt, oder was? Das ist verbuggt. Mein Mann geht das nicht. Genau. Das ist die vorletzte Stufe. Gibt nicht noch ein finales Puzzle da noch. Das muss hier hin. Na, läuft. Jetzt hab ich ja wohl doch ein bisschen Skill, was? Guck mal, wie es läuft. Und wie es läuft. Na, es läuft. Alter. Ich glaube, das liegt mir hier in der Mad Monster Mansion. Sagte er und versagt. Knapp daneben ist auch vorbei. Er war wieder dieser typische Fall. Mad Joe. Nein, ich wollte ihn da hinhaben. Genau. Es geht hier hin. Was? Du. Es geht hier hin. Habe ich was von Banjo gesehen? Und ein Bild. Schau ich hier. Ja. Es geht nicht da hin. Dann muss es hier unten längen, wo ihn gehört. Dann da. Es geht da hin. Ich weiß nicht, wo ich das noch schaffe. Es wird knapp. Nee. Schaffe ich nicht mehr. Es wird zu knapp. So viel Zeit gelassen wie immer. Und jetzt noch so ein Fail. So fucking schwer. Das ist unglaublich. Mit bestimmt engen Trick, aber ich kenne den halt nicht. Keine Ahnung, was hingehört. What the fuck? Das muss man diesen Ecken anfangen, glaube ich. Keine Ahnung, was hingehört. Das ist schon wieder scheiße. Ich weiß es nicht, Mann. Das macht mich nervös, wenn die Zeit auch mal tickt. Ich weiß es nicht, wo es hingehört. Das ist ja jetzt schon richtig scheiße. Wie soll ich das ja jetzt noch schaffen? Das geht gar nicht mehr. Das sieht alles so komisch aus. What the fuck? Sieht alles so gleich aus, irgendwie. Da gehört das hin. Versucht gleich wieder mit dem Rand anzufangen. Das hat doch alles keinen Sinn. Du siehst es einfach nicht früh genug. Was muss ich hier ändern? Ich schwöre, mein Zusehen. Das sieht so leicht aus. Ich schwöre bei Gott. Es ist so fucking schwer. Macht es selbst. Macht es selbst mal. Das liegt nicht nur an mir. Das ist so scheiße schwer. So, ich mache jetzt den Rand. Also, ganz schnell die Eckteile lokalisieren. Da ist ein Eckteil. Was muss hier? Das ist kein Eckteil. Da ist ein Eckteil. Nein, das ist nicht. Idiot. Egal. Trotzdem gerettet. Das muss hier. Noch ein Eckteil. Das ist kein Eckteil. Egal. Ich nehme es mir jetzt trotzdem mal. Ich habe keine Ahnung, wo es hingehört. Hier? Nein. Da. Ich habe mich, dass du dich erst bewegt. Das ist halt so schwer, Mann. Da gehört das nicht. Das macht so viel aus. Holy shit. Mal, Sprungplatte. Das ist also... ... hier hin. Die war eben da zu erkennen. Das ist das letzte Eckteil. Das wollte ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hingehört. Ich weiß es wieder nicht. Ich bin schon wieder scheiße jetzt. Weil ich den Rand auch nicht gemacht habe. Ich habe mich schon wieder nicht an meine Worte gehalten. Ich bin schon gesehen. Der gehört hier hin. 14. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, Leute. Wieder verkackt. Und wieder verkackt. Und wieder verkackt. Oh mein Gott. Nein. Das Puzzle fuckt ab. Das ist der größte Scheiß. Welcher Wichser hat sich das ausgedacht? Der gehört gastriert. Gastriert gehört der. Mein Gott. Ich will, dass er seinen Cock verliert. Meine Fresse. Ich will, dass dieser blöde Pisser, der sich das ausgedacht hat. Dieser elendige Bastard. Ich will, dass er seinen Penis verliert, Mann. Es geht mir so auf den Sack, dieses Dreckspuzzle. Oh, holy shit. Ist das scheiße schwer. Meine Fresse. Das ist so gnadenlos schwer. Ey, es ist so unfassbar fucking schwer. Und was mich am meisten abfragt, dass ich wie ein Idiot da stehe. Und es so fucking schwer ist, nur wenn man es selber spielt. Und es so fucking leicht aussieht. Es geht mir so auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil hingehört. Es sieht alles gleich aus hier. Es tut mir leid. Es sieht alles gleich aus. Tut mir leid. Ich sehe hier keinen Unterschied. Es sieht für mich alles gleich aus. Ja, das war jetzt auch nicht richtig. Ich weiß zwar nicht, warum verfickte Scheiße. Ich weiß es nicht, warum das nicht richtig ist. Es sah für mich richtig aus. Tut mir leid. Es sah für mich richtig aus. Es sah für mich richtig aus. Ich habe keine Ahnung, wo es hingehört. Wo zum Geier soll dieses Puzzleteil hin, ne? Guck mal, ist irgendwie neu starten. Ja. Nö, es ist ein bisschen zu schwer, Alter. Eine verfickte Drecksklappe, du Wichser, Alter. Ganz gar nichts. Blöd, Mann, ey. Zum Glück stirbt er auch in Benchertool. Meine Fresse, ist das scheiße schwer. Noch nie so was schweres gespielt. Das ist schwerer als das ganze Spiel. Die größte Challenge ist durch den Maschinenraum. Das ist das Puzzle hier. Ich kann mir vorstellen, warum so viel das nicht machen. Übernetzt werde ich es so ins Spiel. Die wollen halt nicht ragen. Ansonsten endet man mich. Ich habe keine Ahnung, wo... Meine Fresse, wo soll das hin, ne? Ich habe keine Ahnung, was du mir hast, Puzzleteil hier jetzt hier sagen soll. Zum Glück habe ich es richtig eingesetzt. Das war geraten. Einfach nur geraten. Oh ja, geil. Kann man gleich alle Ecken durch? Letzter Endes skazieren. Da habe ich ein Bild gesehen, was passieren. Die andere Ecke, die gehört da oben. Sehr gut, ihr habt euch Benchertool gesehen. Ne. Da gehört das hin, okay. Ich habe keine Ahre, wo der Teppich hier gehört. Jetzt habe ich es auch gesehen. Hä? Wo denn dann? Das weiß ich nicht. Das Puzzleteil weiß ich schon wieder nicht. Und es war es schon wieder. Zeit abgelaufen, ne? Zeit abgelaufen. Zeit um... Die Welt ist so schön. Ab geht's. Ja, wir versuchen es gleich einmal. Ich bin doch ein schöner. Ich bin so... Ich bin ganz lieb. Ganz liebe Freunde. Eierkuchen und fassen Wasser. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das macht Spaß. Immer wieder neue Improbisieren. Irgendwas schaffen wir schon. Ja, 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 ja. Oh, wo zum Fick willst du hin? Das Puzzleteil, Alter. Was weiß ich, wo es hingehört? Da oben? Da oben. Es muss irgendwie an der Wand. Das ist mir schon klar. Hier hin? Ja. Da hin? Ja. Da ist irgendwie ein Geist gewesen. Das muss hier hin. Mein Banjo da ist. Der Pirat. Der gehört hier hin. Banjo gehört hier hin. Definitiv. Jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Jetzt bin ich guter Dinge. Jetzt mal ohne Witz. Sieht richtig gut aus, gerade. Jetzt keine dumme Scheiße. Mal schaffen wir es. Weg, toll. Und dumme Scheiße. Das war's. Kann ich mehr schaffen. Das tut so weh. Das tut so weh. Das tut so unglaublich weh. Mann. Der Anfang war schon scheiße. Ich weiß nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es jetzt nicht. Oh mein Gott. Ist das eine Scheiße. Die jetzt auch nicht jeder. Das ist so fucking scheiße. Dreckschwer ist. Ist auch leichter gemacht. Bei Xbox Version lustigerweise. Ist ja der Witz. Aber es ist ja leichter gemacht. Aber hier auch N64 Version. Keine Gnade. Da gehört der Scheiße hin. Nicht. Kann da auch. Wo gehört das hin? Wo gehört das hin? Da. Das ist auf jeden Fall kein langweiler Fuzzle-Part. Den Rages. Ich wollte es hier hin, Mann. Und er macht es nicht. Ich hatte es so wieder fest. spiratischen lalabend drallalala lalada und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal und wieder immer wieder und freu Und, weißt du, was wir da machen? Ja, nochmal, 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 nochmal. Und wieder verforte. Und nochmal. Ja, ja, ja. Ich kann kotzen. Ach, ficken. War jetzt schon wieder verkackt. War jetzt schon wieder einmal probieren, oder? War jetzt schon wieder einmal probieren. Keine Ahnung, was hingen wir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo das scheiß Puzzleteil hingen wir. Ich weiß es halt nicht. Mal weiß. Ich kann es euch nicht sagen. Weiß es einfach nicht. Ah, ja. Ah, ja. Danach kommt noch ein Puzzle, ne? Ich wollte es nur, was ich gesagt habe. Danach kommt noch ein Puzzle. Das wäre ein Spaß. Das ist noch viel schwerer als übrigens. Das ist ja ein Witz gegen eigentlich. Da gibt es bestimmt einen engen Trick, aber ich weiß ihn noch nicht. Keinen Trick nicht. Ich kenne den Trick hier nicht. Oh, wo denn dann? Was? Da gehört es nicht hin. Wo denn dann? Da. Ah, ja. Da. Die Steuerung ist halt auch echt scheiße, 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 scheiße. Richtig kacke ist die Steuerung. Zwei Puzzleteile. Ja. Ja. Ihr hauen mich aus und sagt, ihr seid ja mal mega scheiße. Das war der hundertste Versuch. Big Buttons bonus kriegt er trotzdem. Einen ganz speziellen Preis habe ich noch. Mal sehen, ob ihr das schafft. Wir sind bereit, Kurzer. Doch, nichts wie los. Ich habe ja richtig Bock drauf. Ja, guck mal. Hier sieht wirklich jetzt komplett alles gleich aus. Jetzt ist es vorbei, Leute. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Keine Ahnung, wo es hin soll. Ich weiß es halt nicht. Da oben. Ja. Keine Ahnung, wo es hin soll. Ich weiß es halt nicht. Wo soll es hin? Da? Nö. Da. Da meine ich. Junge. Man sieht doch nichts. Das gibt es doch nicht. Da gehört das hin. Aber hier muss man wieder mit den Eckteilen anfangen. Das andere macht ja Nudeln Sinn. Das ist die andere Ecke. Die gehört, glaube ich, da unten hin. Ja. Nein, daneben wollte ich das haben. Oh mein Gott. Ach ja. Sieht alles gleich aus ohne Hitz. Da gehört das hin. Vielleicht sollte man da oben mit dem Honig war am Anfang. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ach, vier Sekunden nur noch. Und es sind noch Milliarden Puzzleteile. Ah ja. Ist gut. Brauchst du nicht immer wieder sagen. Ach du Scheiße. Ist das schwer. Okay, wir fangen mit den Eckern an. Eckene, 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 Eckene. Problem ist, dass wir die Ecken gefunden haben. Aber das geht halt nicht. Kann ich mir die Ecken anfangen. Die halt zu spät finde. Ich finde die Ecken zu spät. Das muss ein unteres Teil sein. Hier gehört das Engel hin. Zack. Das war wieder dieses Teil, glaube ich. Das Eckteil. Ne, tatsächlich nicht. Dann ist es hier hin. Das ist aber jetzt hier ein Blumenbatsch. Das ist aber jetzt hier ein Blumenbatsch. Ist das hier hin? Ne. Dann da hin. Irgendwo da oben. Das sah man ja anhand der... Wo ich war. Da. Ne, dann hier. Da, da, ja. Da seid mir eine Raterei. Merkt ihr das? Weil hier nichts erkennt. Alles sieht gleich aus. Einfach eine Raterei. Ja, dumm zu sagen. Ich wusste hier, was los ist. Guck mal, 12 Sekunden. What? Was sind das für eine Zeit, damit ich fragen darf? Oh, fangen wir mal mit dem Banjo an. Definitiv hier das Richtige. Den Banjo anzufangen. Der Scheiß da hin. Das wird da hin. Nein, es läuft. Leute. Da läuft's. So muss das aussehen. Zack, zack, zack. Nur dann kann man es schaffen. Ja, und so soll es nicht aussehen. So auch nicht. So muss es sein. Zack, zack, zack. Guck. Von daneben. Das kann man halt nicht erahnen. Ganz ehrlich. Das kann man einfach nicht erahnen. Da muss es hier hin. Nein, da ist echt Raterei. Ganz ehrlich. Das muss hier hin. Da. Da. Ja. 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 Na endlich. Ja. Ihr habt es ja echt hinbekommen. Ihr seid ja doch nicht so scheiße. Ach, klar Kleiner, gib uns den Preis, los. Ja, ja, okay, hätte ich jetzt nicht so gedacht, ne? Wishy, Wish und Banjo ist es dann, ne? Es wird ein sauberer Spaß. Ja, aber das ist die letzte Verwandlung, die bekommt man nicht nur so. Oh mein Gott, und das war es nicht wert. Let me out hier. Ja, Gigaparts, ähm, Stunde Puzzleteil-Action. Hoffe euch haben die Rages gefallen, ansonsten sehen wir uns wieder. Aber nächstes Mal, beide Sandpulverk, ich werde zu Treasure Trove Grove aufbrechen. Und wir sehen uns dann genau in der Sandburg, Leute. In der Sandburg werden wir uns sehen. Und dann werden wir mal die Sheets angehen. Also Leute, bis dann und ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020